18. Türchen Gehen wir zur Seite, ich glaube, wir verstehen uns einfach gar nicht so, ne? Männer und Frauen Wir haben doch versprochen, dass wir heute ein bisschen tanzen, aber nein, geht ja nicht, wir machen das doch, nein, wir machen was anderes, wir machen ein anderes Video, aber das ist ja bei Geschäft genauso, wenn jemand sich selbstständig machen will, der sagt, ja, ich will, aber ich will dann doch nicht und ich will dann doch wieder zurück oder so oder will ich was kaufen, dann wieder nicht oder so. Das ist echt im Leben häufig so, dass man nach vorne geht, man immer nach hinten geht und ein bisschen wartet und sowas und ach, das ist echt. Ja, genau, sobald ihr uns zu nahe kommt, machen wir lieber mal einen Schritt nach hinten, erst dann einen Schritt nach vorne, aber wenn ihr schon ein bisschen weiter weg seid. Wie, ihr macht zuerst einen Schritt nach hinten? Ja. Ja, das ist ja genau umgekehrt. Wenn wir zu nahe kommen, müssen wir natürlich auch auf. Das passt ja beim Tanzen dann doch wieder, guck mal. Ja, das geht. Ah ja, also deswegen tanzen wir zusammen, weil wir dafür bestimmen uns ja wieder. Ja. Aber dann brauchen wir ein bisschen mehr als nur den ersten Schritt, oder? Richtig, das geht langweilig, ehrlich. Also Schritt nur nach vorne und Schritt nach hinten. Ich glaube, wir müssen irgendwie den Blickwinkel wechseln, oder? Ja, so zur Geschichte. Ja. Das machen wir am besten mit der Drehung. Kannst du mal zeigen, wie du die Drehung machst? Ja. Ich würde einfach mal ein bisschen Schwung und dann machen wir die Drehung. Boah. Okay, also Schwung brauchst du dann schon, ne? Ja. Soll ich das auch machen? Mach mal. Ich kann auch einfach so wegdrehen. Oh ja, das ist gut. Ich glaube, wir müssen den richtigen Tanzplatz gehen, bevor Weihnachten jetzt für Silvester vorbereitet ist. Aber für heute reicht es, oder? Genau, das sind schon mal die ersten Schritte. Mach die mal. Für Weihnachten Silvester gleichzeitig damit schon mal gerettet. Alles andere. Ja, irgendwann später. Ja. So. Okay. So. So. So.